Herzlich Willkommen hier zurück in Galopolis, wo wir nun anstelle des Prinzen für ihn reiten sollen, weil er zu inkompetent ist und noch nie geritten ist. Warum er sich überhaupt einen Prinzen nennen darf? Naja, man weiß es nicht. Er hat allerdings etwas sehr Wertvolles für uns aus seiner Schatzkammer, wenn wir das für ihn tun. Es sei denn, wir wären wieder verarscht wie vom letzten König, für den wir eigentlich nur Gutes tun wollten. In jenem Fall könnten wir es ja mal probieren. Mir ist auch im Übrigen aufgefallen, warum dieses Land hier wahrscheinlich überhaupt erst Galopolis heißt. Galopp wegen den Pferden. Jeder von euch hat das wahrscheinlich in der ersten Sekunde schon gerafft. Ich habe dafür ein paar Parts gebraucht. Nun gut. Prinz Fares, ja, seine Hoheit ist hier durch in der königlichen Umkleide. Ihr dürft eintreten, aber bitte vergesst nicht, den nötigen Respekt zu wahren. Warum darf ich überhaupt in die König? Warum darf ich hier eintreten? Aber gut, ist natürlich gut, wenn ich das darf. Den Sternen sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, ich würde tatsächlich versuchen müssen, auf einem Pferd zu reiten. Komm jetzt, das Rennen wird bald beginnen. Und keine Angst, ich habe mein Versprechen nicht vergessen. Wenn ihr tut, was wir vereinbart haben, frage ich meinen Vater nach dem Zweig. Also, seid ihr bereit? Gut, beeilt euch. Ihr müsst die königliche Galopolis-Tracht und den dazugehörigen Helm tragen. Keine Angst, sie werden euch passen wie angegossen, da bin ich mir sicher. Die Fotos nimmt die Tracht und den Helm des Prinzen und zieht sie an. Wie für euch gemacht. Niemand wird auch nur eine Sekunde den Verdacht hängen, dass ihr gar nicht der Prinz von Galopolis seid. Also dann, das Rennen beginnt. Mein, ich meine, euer Ross wartet draußen. Sobald ihr fest im Sattel sitzt, macht ihr euch auf den Weg zur Koppel. Die Rennbahn liegt dahinter. Alter, wenn das jetzt doch rauskommt, ne? Und der Prinz dann so tut, als würde er mich gar nicht kennen. Und ich dann eingesperrt werde, weil ich wegen Täuschungsversuch oder sowas. Dann ist hier aber, ne? Dann geht mir der Arsch hier wirklich auf Grundeis. Wir treffen uns dann nach dem Rennen, in dem Durchgang, der zur Rennbahn führt. Ihr werdet mir den Helm übergeben und niemand wird etwas merken. Geht jetzt und denkt daran, ihr seid der Prinz von Galopolis und euer Publikum setzt große Hoffnung in euch. Lasst mich nicht als Trottel dastehen. Okay. Dann werden wir das also wirklich durchziehen. Ich soll doch jetzt zur Rennbahn, richtig? Ich muss zugeben, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne manchmal von einem Goldfisch. Euro, ihr könnt erst auf die Rennbahn, wenn ihr euer Ross bestiegen habt. Oh, jetzt verhandelt mich ja jeder hier wie ein Prinz. Ich frage mich, ob ich jetzt nochmal durch die Stadt laufen sollte. Aber gut, tun wir vielleicht, was von uns verlangt wird. So, darf ich dann jetzt durch? Ja, super. Dies ist der Zugang zur Rennbahn, eure Hoheit. Seid ihr eure Vorbereitung abgeschlossen? Sehr gut, eure Hoheit. Möget ihr ein erfolgreiches Rennen bestreiten? Wie ist das wirklich noch nie rausgekommen, dass der nicht reiten kann? Wird sowas nicht jedes Jahr abgehalten? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Aber da muss doch mal irgendwie geritten sein. Ich verstehe gar nicht, wie das sein kann. Dass das nie aufgefallen ist. Aber gut. So, weiter geht's. Aber der Typ im Zirkus hat Verdacht geschöpft, ne? Der hat den Prinzen so komisch hinterhergeguckt, als er den Zirkus verlassen hatte. Prinzverdrech! Ja, wenn ihr wüsstet, wer der Typ wirklich ist. Das war so klar. Der Name Silvando, by the way. One of the other riders had a little whoopsie, so I had to step in at the last minute. But don't think I'll be going easy on you just because you're royalty. Where would be the fun in that? Try to keep up, little princie! Ich bin bereit. Ratschläge für Rennreiter. Halte gedrückt, damit dein Pferd losgaloppiert und drücke X, um an den Zügeln zu ziehen und die schwierigen Kurven schön eng zu nehmen. Während dein getreues Ross über die Rennstrecke rast, verliert es nach und nach Ausdauer. Das kann aber wieder aufgefrischt werden, indem du durch einige der grünen Wirbel reitest. Oh Gott, X um die Kurven. Okay, da muss ich mir meinen Daumen ganz komisch halten. In Kurve lehnen mit X, ja. Und RT, also ansporn ist dann halt, ne? Ich kann, glaub ich, einfach falten wie sonst, oder? Ach du Scheiße, ne, er ist ja ganz schön schnell. Ich halte jetzt einfach die ganze Zeit X gedrückt. Oh Gott. Out of Ausdauer, out of Ausdauer. Letzte Runde, komm an. Wir haben uns gut angestellt. Wie kann der mich... Wie geht das? Ich darf jetzt keinen Ausdauer... Ich darf jetzt auf gar keinen Fall mehr schwächeln. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yeah. Erster. Let's go. Oh, Magnificent! I hardly dare think that you might actually win. Now quickly, my public await. I shall take the reins from here. Hä, ich da... Ach so, ja. Du hast das Pferd zu Fuß wahrscheinlich da hinten dann. Hä? Say not, my friend. I have not forgotten my promise. I will discuss the rainbow with my father. Just as soon as my people have finished showering me with adulation. Er kann ja doch reiten. Er kann ja reiten. Okay, ach so, okay, gut. Er ist einfach nur so scheiße. Er hat gar keine Angst vorm Reiten. Er ist einfach nur komplett scheiße drin, verstehe. Prinz Fahres tritt hinaus auf die Rennbahn, wo er von begeisterten Jubel der Zuschauer empfangen wird. Praise the fates. Our plan was a success. Thank you. You have spared me great humiliation. I will go immediately to my father and ask about the rainbow. All hail Prince Fahres. Pride of the desert. Horseman extraordinaire. Darling, you were fabulous. It was enough to bring a tear even to my jaded eye. Oh. Wait. Don't tell me you were. Surely you didn't let your understudy take the stage for the command performance. Oh, this is too, too good. Artisatut. Wait, wait. Wait, but you do not understand the pressure I am under. A Prince of Galopolis who could not ride a horse is a disgrace to the kingdom. I did what was necessary for the sake of my people. All, and now all can be forgotten. Yes? And there was silly old Silvando thinking that Knights never retreated in the face of adversity. Silence! I am the prince of this kingdom, and I will not have a traveling jester lecture me on chivalry. A thousand pardons, your highness. Enter. The sultan wishes to see you, your highness. Your magnificent display of horsemanship has pleased him greatly. Very good. I will come right away. My promise still stands. Come to the throne room in a little while. We will see what can be done about this branch of yours. So nice to see a royal with the common touch. You were wonderful out there today, darling. Maybe we'll get to share the stage again soon. Das ist ein komischer Kauz, aber er behält das Geheimnis scheinbar tatsächlich für sich. Dynamisches Double, dafür, dass du als Double von Prinz Fares am Dünen derby teilgenommen hast. Aber dafür muss man wahrscheinlich schon ein gutes Rennen hinnehmen. So, können wir jetzt sofort, oder muss ich warten noch? Ich hab keinen Bock, wieder zum Lagerfeuer zu latschen. Prinz Fares, er ist im Thronsaal, glaube ich. Geh direkt die Treppe hoch. Gut. 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 Truly, I am humbled. All I have ever desired is to fulfill my duties as a prince and as a knight. Ah. Father, if I may, I have promised to assist these travelers. Would you permit me to explain? Gladly, my son. It warms my heart to see you aiding those in need Truly you have taken the night's pledge to heart Thank you, father The truth of the matter is that my friends here have come to Galopolis in search of the rain Your majesty The beast has returned It attacked one of our men while we were out on patrol The Slayer of the Sands is back Why must the accursed creature always appear on this the happiest day of the year? We will stand for this no longer I must dispatch my finest knights And ensure that the fiend never again returns to terrorize the Celestial Sands But wait My boy, the fates are speaking to us Capturing the Slayer would be the perfect way to show your people What a fine knight you have become What? But, father So many of our bravest men have confronted the creature and Perished Surely I do not stand a chance Truly it is the most able who are the most humble But you cannot hide your true feelings You are trembling with excitement This is your moment, Faris, my boy Capture the Slayer And take your place in history But, I... 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 Oh... Very... Very well, father Ha 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 Yay I shall begin my preparations right away Ha ha A thousand pardons The rain bubble Have to wait Meet me in my chambers Meet me in my chambers There is something we must discuss Oh... 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 Just breathe, Faris That's how it will be. Yeah, that's how it will be. Oh... 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 Oh, please... Please, I beg of you The Slayer of the Sands Will tear me limb from limb unless you hate me Have pity on the desperate soul Spoken like a true desert knight. Seriously, can't you handle this on your own? No! No, such a thing is impossible. I am no knight. I neglected my training. I allowed my vassals to fight all my battles for me. Oh, it is not my fault. I am an only child. I was coddled from birth and praised for the most insignificant of achievements. Das Leben eines Prinzen. I did not wish to disappoint my parents or my people. So I found ways of seeming to fulfill their expectations without necessarily doing so. But the more I fulfilled them, the more their expectations grew. And now, finally, they expect the impossible. Oh, it's so unfair. Don't you see? If you refuse to help me, I will be sent to my doom and through no fault of my own. Please, will you take pity on your own friend? Oh, thank you. 10.000 thank yous. Haha, and fear not. I will speak to my father about the rainbow as soon as the beast is captured. Yeah. We must make preparations to depart immediately. I will await you at the castle gates. What a pathetic excuse for a prince. Goodness knows what'll become of Galopolis with him in charge. Oh, we mustn't be so hard on him, Veronica. I'm sure it can't be easy growing up with everyone expecting so much of you. Stimmt natürlich auch wieder. Ah, dass ich jetzt wieder die Drecksarbeit erledigen muss. Da erwartet uns wohl der nächste Boss. Aber gerne bin ich bereit zu kämpfen, um mal wieder an Level aufzusteigen. Hä? Okay, irgendwie ist die Sensitivity gerade ein bisschen... Okay, jetzt geht's wieder. Der Wüstenwüter ist aufgetaucht. In Zeiten wie diesen ist es wichtiger denn je, dass wir Soldaten wachsam bleiben. Hm, Prinz Faris? Er schien die Stadt verlassen zu wollen. Tatsächlich wirkt es so, als gäbe es einen ziemlichen Aufruhr. Dass die Wachen da auch nichts gegen haben, ne? Wenn der Wüstenwüter draußen rumwütet und der Prinz einfach alleine die Stadt verlässt, lol. Bestimmt eine sehr gute Idee. Ach, da seid ihr ja. Ich hab meine Männer angewiesen, vor den Stadttoren zu warten. Kommt und gesellt euch dort zu, und sobald ihr bereit seid. Ach so, okay. Dann haben wir also auch noch Unterstützung. Ich mein, das ist ja schon mal was Gutes. Dann kämpfen wir nicht alleine. Ich meine, no disrespect, Your Highness, aber wie können Sie das tun uns zu tun? Sie haben uns für eine bestimmte Werteilung geholfen. Fear nicht, Trusted Retainers. Wir gehen nicht in die Jaws of Danger alone. Ah, impeccable timing, als immer. Allow me to introduce our knights in shining armour. These brave adventurers have agreed to capture the Slayer for us. Now, the Beast's lair is said to be located deep within the Celestial Sands. The fastest route is through the checkpoint to the west. We march immediately for Galopolis. Der ist nur so gut drauf, weil er selber nicht kämpfen muss, dieses Arschloch, ey. Das war ja auch irgendwie klar, dass wir noch mal was mit dem zu tun haben werden. Der ist nicht so gut, wie ein Geist-Hunt-Hunt-Friend. Wenn ich dich wäre, würde ich gehen, zurück nach der Circus gehen. Well, nicht nur ein schönes, 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 schönes. Look, ich bin worried über den Halfwit-Prince getting himself killed. Kann ich mit dir kommen oder nicht? Mit der Hilfe ist willkommen. Und der Typ kann mit Messern umgehen. Und der Typ kann mit Messern umgehen. Und das ist noch sehr positiv ausgedrückt. Wir haben bisher noch keinen neuen von diesen goldenen Kakteen gefunden. Für die eine Nebenquest, aber wie gesagt, wenn wir die Nebenquests nicht machen, weil wir bei uns Items fehlen, dann machen wir sie halt nicht. Das ist nicht so schlimm. Da sind wir alle full life, ja. Gespeichert wurde auch. Und zum Kontrollpunkt geht's her. Was da links ist, keine Ahnung. Da werden wir bestimmt auch noch hingehen. Aber jetzt geht's hier hin. Halt, der Wüstenwüter treibt sein Unwesen. Ich kann es euch nicht gestatten. Ah, ihr seid diejenigen, die Prinz Fares begleiten werden, ja? Ich bitte vielmals um Verzeihung. Seine Hoheit hat uns die Anweisung erteilt, euch passieren zu lassen. Das überrascht mich nicht. Seine Hoheit will die Drecksarbeit ja auch nicht alleine machen. Der Wüstenwüter also, ja? Ich bin mal gespannt. Wie viele Leute können eigentlich maximal im Kampf kämpfen? Das sind immer nur vier, oder? Oder haben wir jetzt den fünften auch noch wirklich dabei? Cool wär's natürlich. Was ist denn hier? Uralte Ruinen? Ich bin vorher schon gekommen aus Firnland. Der Sultan von Galopolis hat mir eine Sondergenehmigung erteilt. diese alten Ruinen zu erkunden. Die Sterne sind hier in der Wüste besonders klar zu sehen. Deshalb glaube ich, dass diese Steine bei einer Zeremonie verwendet wurden, die mit den Sternen zu tun hatte. Aber warum in aller Herrgottsnamen bist du hier alleine, wenn der Wüstenwüter hier sein Unwesen treibt? Und was ist das denn? Ist das ein Gegner? Ja, ne? Ach du Scheiße. Ey, das ist ein Spitz! Ja! Das ist... Shit! Jetzt müssen wir uns aber boosten noch. für diese eine Nehlen-Quest, ne? Shit! Jetzt wacht er auf. Ach du Scheiße. Alter! Okay, der ist... What the fuck? Der ist ja viel zu stark für uns. Der ist ja viel zu stark für uns, Leute. Aber er hilft uns tatsächlich. Wir sind jetzt fünf Leute. Also wenn wir irgendwann eine Chance haben, gegen den zu bestehen, dann ist es mit uns fünf jetzt. Hätten wir gar keinen Damage gekriegt. Perfekt, perfekt. Aber wir müssen brauchen mehr Boosts. Mehr Boosts. Ja, der ist krass, der Dude. Der ist krass. Ach du Scheiße. 52 Damage hat das gemacht. Ja, das ist ein halber Bossgegner hier, der Dude. Und so einen sollen wir besiegen, während drei Leute geboostet sind. Ach du Scheiße. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich theoretisch einen finden könnte. Das ist schon mal ganz cool. Ey, es sind so dermaßen viele Monster. Vor allem, ob wir das wirklich ausnutzen sollten. Taschenspiele. Ob wir ausnutzen sollten, dass wir den Dude bei uns haben und einfach hier ein bisschen kämpfen noch und leveln. Vater Morgana. Wie der Streit. Das ist halt echt geil. Da ist noch einer. Da ist noch einer von dem Dude. Schläft noch. Wenn jetzt noch mal zwei weitere Leute geboostet werden könnten, wäre das halt geil. Ja, come on. Einer noch. Einer noch. Ach, wenn ich jetzt... Jetzt brauche ich einen Boost, Mann. Ja, das ist ganz scheiße. Okay, das ist sehr, sehr geil. Mach dir bitte... Mach dir bitte jetzt... Nein. Aber jetzt sind alle drei geboostet. Warte mal. Ah, shit. Jetzt löse ich schon die nächste Katze. Ich wollte nur zum Lagerfeuer. Oh, die Heide. Die kräfte Luft. Es ist zu viel. Zu, zu viel. Lass uns die Nacht hier spenden. Die Monster wird warten. Die Monster wird warten. Ah, ha, ha, ha. Da sind Sie. Wie Sie sehen, ich habe entschieden, zu setzen auf Camp. Wir werden unsere Kurs in der Morgen. Das ist richtig. Du hast dein Schönes sleep, Prinz. Du hast einen schweren Tag für uns zu tun, dein Dirty Work für dich zu vorbereiten. Recht hat er, ja. Kommt, du. Lass uns einen Sitz und einen schönen Chat haben, solltet ihr? Also, zwei Mädchen und zwei Mädchen sind zusammen auf eine hervorragende Abenteuer, hm? Wie romantisch. Aber welchen Abenteuer habe ich mich gefragt. Kommt, spiel die Bühne. To be perfectly honest, we're none too sure ourselves just yet. But for the moment, we're trying to get to Yggdrasil. We need to understand more about the mysteries surrounding the Luminary, you see. It's all to do with a horrible being called the Dark One. He wants to bring death and destruction to the world. And we want to stop him. All right, Big Mouth, that's enough. You don't need to tell the Jolly Jester a whole life story. We barely know him. My, 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 my. So there's a dastardly villain coming to steal all the smiles and laughter from the world. And you four heroes are on a daring mission to stop him before it's too late. Oh, now that does sound fun. Dann schließ dich ganz an. Hm. You got a strange idea of fun. What about you, Sylvando? What made you leave home and set out on the road? Oh, you don't want to hear my boring old stories. We've got a big day ahead of us tomorrow. Come on, Kitties. Very bye. Das ist nicht fair, wenn du uns das jetzt vorenthältst. Oh, oh, oh. Oh. Well, aren't we full of Mysteries? What's his deal? Who knows? So, ich hoffe, die Spitzwürmer sind jetzt wieder respawned. Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, ich hab gut geschlafen. Ein Wüstenwüter wartet darauf, um uns gefangen zu werden. Das Prinzlein und seine Freunde sind aufgebrochen, sobald es hell wurde. Wir sollten uns besser beeilen. Jupp, sind alle jetzt wieder... Genau, alle sind jetzt wieder hier. Drei Leute sind geboostet. Jetzt lass mich mal ganz kurz eine Sache einstellen. Und zwar bei Taktiken, Koop-Kräfte. Haben wir schon nicht einsetzen. Äh. Ich mach mal einmal für eine Runde, dass ich selber entscheide. Dass ich selber alle Angriffe mache. Und das natürlich, damit ich dann diese Koop-Kraft selber einsetzen kann. Und dann haben wir nämlich... Ich glaub, es war nur Einsetzen, oder? Und dann haben wir die Quest schon geschafft. Und dann würde ich nämlich sagen, dann könnte ich versuchen, die andere auch noch zu schaffen. Ganz ehrlich. Okay. Oh, nein. Hm? Hä? Wo ist die andere Koop-Kraft, die wir erlernt hatten? Wo ist die Koop-Kraft? Wir haben die nicht. Oder muss ich gestärkt sein dafür? Kann es sein, dass ich dafür gestärkt sein muss? Oh, Mann. Okay, ja, dann Nevermind. Dann Nevermind. Don't worry. I'm here to help. Ja, greif mehrfach an. Alles, alles. Kein Ding. Gut. Also dann diese Koop-Kraft konnte ich irgendwie nicht benutzen. Dann, äh... Ja, nicht so schlimm. Dann lassen wir das doch weg. Kann ich aber eigentlich irgendwo alle meine Quest noch mal nachschauen? Missionsverzeichnis. Entdecke die Koop-Kraft, das Tier in mir einzusetzen, um einen Spitzwurm. Begib dich in die Ruinen, in denen bei Galopolis und deinen Feind zu finden. Aber wie kann... Wie soll ich das gehen? Diese Koop-Kraft haben wir nicht. Ich glaube, Umsicht zeigen war, ne? Aber wo sehe ich alle meine Koop-Kräfte? Welche Koop-Kräfte ich habe? Das meine ich zum Beispiel. Keine Ahnung. Ist dann aber auch jetzt nicht so schlimm. Wir können ja auch jederzeit wieder hierher kommen, ne? Also es ist ja nicht so, dass dieses Gebiet uns wegrennt. Wir können ja dann auch... Wir haben ja Schnellreise. Nicht umsonst. Und da wir aber jetzt alle schon wieder low sind, weil dieser Spitzwurm wirklich krass ist, ruhen wir uns bis zum Tagesanbuch hier noch einmal eine Runde aus, würde ich sagen. Und bei der Statue wird gespeichert, denn das hier markiert das Ende des Parts. Ich bedanke mich für das Einschalten, Leute. Wir haben ein paar coole Dinge erlebt, haben dem Prinzen aus der Patsche geholfen und werden es im nächsten Part wieder tun, wenn wir gegen den Wüstenwüter antreten. Ich bin mal gespannt, wie stark der im Vergleich zu so einem Spitzwurm ist. Also, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.